Ha 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 ha, hey Leute, willkommen zurück zu Advance Force. Äh, Freunde, wir sind in einer ganz miesen Mission. Das hier sind unsere drei letzten verbliebenen Einheiten. Und der Gegner hat, wie wir alle gesehen haben, hier noch irgendwo zweBomber und sowas. Hier hinten noch irgendwo ein Mist decir Schütz und Leute, es ist vorbei. Ich muss kapitulieren, ich muss es nochmal von vorne machen. Zum einen, ich kann zwar darauf warten, dass die Bomber irgendwann, dass denen irgendwann der Sprit ausgeht und die abstürzen. Aber ich musste noch irgendwie hier hinkommen, zu einem Missile, hier schützt. Und das ohne einen TTP und mit noch 18 Sprit. Ja, hier 130 Sprit, das kann ich niemals schaffen. Also, ich hab verkackt. Ich muss nochmal, ja, es geht nicht anders. Ich muss kapitulieren und das Ganze nochmal machen. So, ich will aber nicht jetzt wissen, was die jetzt hierfür Tipps mehr gibt. So. Oh, verkackt. Ja, sorry, machen wir jetzt nochmal. Ich hab mir schon eine andere Strategie überlegt. Ja, und zwar erstmal die, ähm, die Lass ihn ruhig kommen Strategie. Ich werde mich jetzt richtig schützen und verteidigen. Jo, Mann. Ja, ja, okay. So. Nix mit Andy. Dutz, dutz, dutz. Nein, nein, ja. Tami muss ran. Okay, hab ich das Kommando? Yes. Auf ein zweites. Mission 17. Siegesschwingen. Ja, für uns war das extrem scheiße. Also, wir müssen mit denen klarkommen, was wir da haben, ja. Ja, so ein Miss. So schnell übersprungen, haben wir alle schon gesehen. So, ich mach mal ganz schnell hier trotzdem einnehmen. Ähm, der steigt hier trotzdem ein. So, der TTP muss ganz weit hinten bleiben. So, du fährst jetzt mal von vornherein hier nach oben, weil wir ja wissen, dass die hier irgendwo sind, die ollen Scheißdinger. Und, ähm, ja. Meine Jäger fliegen mal nach hinten, nach oben. Ich muss jetzt richtig schön systematisch alles von ihm anlocken und abballern. Mein TTP darf nix passieren. So, der Speer kann mal hier hinfahren. Versteckt sich hier schon im Wald. Der fliegt ganz weit nach hinten. Einfach in den Wald. So, Mann. Das wird cool. So, meinen Bomber bräuchte eigentlich auch nicht. Noch nicht. Die kann man alle richtig schön erstmal im Hintergrund lassen, weil die erst später zum Einsatz kommen. So, okay. Ich bin gespannt. Aber diesmal schaffen wir das aber. Ach, ich möchte nicht den Tami catchen. Obwohl ich schon gemacht hab. Da kommt schon der Jäger an und alles. Voll gemein. Am besten könnte die mich so im Wald verstecken, dass die halt gegen mich fliegen. Und dann sind sie halt in meiner Reichweite für meinen Missile-Schütz und sowas alles. So, erstmal eingenommen. Okay. Also, was tue ich jetzt? Hm. So, ein Jäger kommt ja angeflogen. Ich glaube, ich verstecke mein Dings, mein Flak im Wald. So, das im Wald. Alles, was jetzt so gegen den Bomber empfindlich ist. So, der ist schon in dem Wald. Ähm, das Ding in dem Wald verstecken. Ja, aber warum nicht? So. Dann warte ich jetzt hier. Die sollen jetzt erstmal schön ankommen. Und warte mal, ich glaube, der wird sowieso entdeckt. Den fahre ich mal dann schön zurück. Ist egal, die kommen sowieso von alleine. Ist alles okay. So. So, der Bomber. Der soll jetzt auch nicht unbedingt mein Dings hier kaputt machen. Geh mal hier hin. So, ist hier schützt durch den. Ach man, die Reichweite ist echt kacke. Das hier so zwei leere Felder sind eher. Ansonsten haben die auch bloß echt wenig. So, jetzt sieht mein Jäger mal hier stehen. Wenn der andere Jäger hier ankommt und den abballern will, wird er abgeschossen. Ja, der andere Jäger bleibt hier hinten für den Bomber. Der bestimmt auch gleich sein hässliches Gesicht zeigen wird. So, der Jäger war hier. Der wird auch an mein Heli rankommen, aber nicht weg in die Hinstelle. So, alle anderen sind soweit geschützt. Okay. Lassen wir mal drauf ankommen. Komm mal her, du Typi. Komm mal her. So, das war so klar. Okay. Oh. Ja, voll fies. Okay, der ist noch nicht kaputt gegangen. Den kann ich heilen. Das ist gut. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, okay. Ist das jetzt schon besser oder ist das eher schlechter? Hm. So, ich glaube, ich knall erstmal den Bomber ab, ne? So, geil. Sogar 100% abgeschossen. So, jetzt kann schon mal nichts, nichts, niemand mehr dem hier was anhaben. Okay, was mache ich mit den Jungs hier? Äh, die will ich ja auch nicht unnötig verlieren. So. Der kann auch nichts machen. So, dann bleib du mal hier. Du wirst natürlich geschützt durch... Ach, verdammt, ich so ein Ding hier im Wald. Bam. Ach, Mann, ey. Das ist so kacke, ey. So, warte mal. Die können aber nicht an meine... Ja, keiner schafft es, die Dreie zu erreichen. Das ist auch wieder wichtig. So, der bleibt schon im Wald. So, ein Bomber ist schon mal weg. Ja, ohne Verluste sogar. Wir können uns wieder heilen. So, ich probiere mal das hier aus. Äh, ich habe jetzt keinen Fehler. Nee, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich lasse mal lieber ihn hier erstmal näher ran. Komm, obwohl, nee. Ah, ich verbrauche hier so viel Sprit jetzt die ganze Zeit. Aber ist nicht schlimm. So, ich glaube, der ist sowieso kaputt. Also einfach mal vier gegen vier. So, schön schwächen. Der kommt nicht... Die kommen nicht an meine Flieger. Das ist wichtig. Da muss ich auch den hier stehen lassen. Okay, dann stehe ich einfach mal hier hinten. So. Schön geschützt. Ähm, den, ich glaube, ich habe irgendwie... Na, was ist denn, wenn noch ein Bomber kommt oder sowas? Ich stelle den mal hier hin. So, da kommt ja auch keiner an den rangeflogen. Der kann jetzt auch noch hier schießen. So, den stelle ich mal hier hin. So. Alles ein bisschen geschickter. Helikopter. Alle in Sicherheit. Okay. Dann komm mal ruhig näher. Dann komm mal ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Okay, das war... Ja, das war zu erwarten. Aber ist okay. Mist. Jetzt haben wir einen Jäger quasi Verlust... Oh! Fieser Arsch! Alter, wenn der jetzt eine Gabe vollkriegt, Alter. Dann wäre ich richtig genutzt. Gut. Ähm. Gabe. Alles klar, Mann. Ey, das reicht! Oh yeah! Ey, warte mal, komm ich jetzt mit der Lescheinheit... Alter, geil! Könnt ihr voll wegballern. Aber... Soll ich das machen? Ahaaa. Naja, okay, warte mal, den muss ich auch wieder zurückschicken und sich heilen lassen, aber erstmal, ähm, so, abgeballert, geil, und abgeschossen, gut, ähm, richtig gut, was machen die jetzt hier, okay, wartet mal, wartet mal, ich hab bestimmt hier irgendwelche Raketenwerfer oder dicke Panzer sowieso, aber trotzdem, bääääms, der Flakgeschütz ist natürlich auch total mies, so, dann hier bitteschön, bäääms, Helikopter, jetzt kann ich ja die endlich hier alle mal rausschicken, die müssen jetzt keine Angst mehr haben, so, du bleibst mal hier stehen, um den zu schützen, so, dann gehst du noch hier in den Wald, so, so, du fliegst hier hin, und der Bomber, der noch richtig schön voll ist, kommt auch mit, ich muss bloß auf den Flak hier aufpassen, aber der kommt nicht so schnell durch den Wald, okay, dann kannst du auch wieder nach vorne fahren, für ein bisschen mehr Sicht sorgen, aber am besten in einem Wald, was jetzt nicht mehr geht, verdammt, so, du machst mal hier schön hier, Ration für alle, geil, ähm, so, okay, gut, wir haben erst eine Einheit verloren, ja, dann seht ihr, das läuft auch schon mal viel besser, oh, nein, oh, der hat da noch einen Bomber, er hat da noch einen Bomber, na toll, jetzt macht er seine beschissenste Gabe, ja, ich will Tommy nicht wehtun, aber ich mach's trotzdem, bitte nicht auf meinen Flak, den kann er doch gar nicht sehen, oder doch, den sieht er, ne, nicht auf meinen Flak, oh, okay, gut, das ist echt nicht schlimm, weil ich kann die alle heilen, total geil, so, das ist ein Bomber jetzt aber auch genau in meinen Dingsrennen getappt hier, so, tschüss, wieder ein Bomber weniger, äh, apropos Bomber, cool, bams, yeah, man, und dem TTP geht's auch noch super, wenn das Ding hier angeschlagen ist, damit kann ich leben, so, an sich ist ja alles hier okay, der steht ja in einer richtig geilen Position, mein Jäger, äh, ist mal hier jetzt, so, der, der, der Lichtmacher ist da, und, äh, ja, jetzt will ich eigentlich am liebsten erst mal, äh, nur warten, bis die hier alle wieder aufgefüllt sind, ein bisschen mehr gucken, okay, die nehmen da alle langsam ein, nicht so cool, so, langsam nach vorne, ganz vorsichtig, ganz, ich bin jetzt wirklich vorsichtig, wir haben erst eine Einheit verloren, das muss auch so bleiben, dumm, 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 oh, fies, ey, ist so, klar, dass immer erst in der Link fährt, voll die Falle, so, jetzt muss ich aber irgendwie, äh, ja, er trifft, gut, bams, sehr geil, dumm, 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 so, ich würde jetzt auch gerne hier, ähm, wumm, warte mal, seine nächsten Jäger oder sowas, der hat ja nicht noch Jäger, den hat er noch, ne, und hier hinten sind auf jeden Fall zwei Bomber, ich hoffe, die kommen jetzt nicht, so, der muss hier unbedingt sich heilen, hier hinten, aber, dumm, 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 dumm noch weiter heilen aber naja so und dann stellst du dich mal hier hin zum schutz okay wir dürften alle nichts sehen das ist gut wenn die nichts sehen ist gut so dann kommt er schon mal weiter hier hin weil der muss sich dann bald den hier schnappen ich muss aufpassen dass ich nicht irgendwie aus versehen irgendwelche flachs hier irgendwelche flachs entgegen fliege oder so was ich habe so viel angst der ttp muss noch geheilt werden oh gott man so tag 6 es ist mir auch wieder ist es mir ja wie kann der mich sehen scheiße ich habe mich echt wie die reichweite ist okay ich habe auch manche sachen schon gesehen aber irgendwie ist komisch so der kann kein erreichen der muss hier noch ein bisschen weiter heilen was habe ich jetzt getan so wird hier mal irgendwie ausnutzen naja was soll man dazu sagen außergabe special man jetzt flippe ich richtig aus ach mensch so ok dann einfach mal den hier schön damagen okay man so dann kann der endlich wieder zurückfahren und der muss sich eigentlich heilen aber warum sind denn so viele leute die wo du fährst du wieder zurück du musst eigentlich höher fahren bist du noch nicht so weit dann hau du mal ab so der heli kann ja auch überhaupt nichts machen wird dann den menschen angreifen was geht ja auch nicht nach rationer kommt er erstmal nicht vorbei wenn er hier weiter angreift er dürfte mit sechs gehen vierer jagdpanzer platt machen war noch mal hingestellt hier okay kommen kann man noch eine schöne menschenheit die musik einsetzen der panzer heilt sich hier weitestgehend so du fährst trotzdem mal jedenfalls irgendwo noch überraschungsjäger oder sowas auf tauchen ist das alles unfassbar es kommt schon der dicke panzer an man echt blöde situation alter die ganze ration so geht nicht blöde ration wenn der jetzt hier ja ich weiß nicht ob er ihn da steht weil er würde gerne mit meinem und er reicht immer noch nicht manne darf doch nicht wahr sein so boom helikopter cool der kann aber hierhin fliegen obwohl was ist wenn er missile schützt hat ich weiß ja nicht ob hier irgendwo ein missile auf wie war da hinten eins hier hinten ja so dann muss ich mal gucken ich gucke aber ich weiß nicht was ich machen soll das ist nicht so toll hey wartet mal wenn ich den irgendwie jetzt loskriege hier ja geil du dann passt auf dann schicke ich den oma wieder weg und blockiere einfach mit einem jäger der kommt hier nämlich nicht durch und der sieht den hier nicht der sieht höchstens den den kann von mir was angreifen hat wird dann kommt bringen genauso wenig wie dich hier was bringen wird ok und dann ja ration ja mein bomber der kann einfach mal hier weil er lustig ist ja der bomber ist so bald am arsch kann einfach mal hier ein bisschen rumballern okay die machen wir alle da und so ansonsten die nächste runde wieder startladen könnt ihr mal wieder ein bisschen weiter nach vorne fahren ich bin trotzdem der meinung es läuft besser als beim letzten mal so gut er greift wirklich an und so viel bewegung ist da nicht mehr das ist cool man so wir sind jetzt wieder voll jetzt reicht so schön nach vorne gefahren schön in der reichweite rein hier hauen hier so dann jemand tschüss man hier kann ich einfach mal ja der kann jetzt auch wieder ein bisschen weiter nach vorne sich hier heilen so du heilst dich hier hinten das kostet mich ein lächeln angegriffen bum bum so hier wird schon weiter blockiert obwohl war damals der jetzt nicht du blockiert und dann einfach mal für ein bisschen mehr sicht sorgen naja das war wohl nichts sondern fährst du mal einfach noch hierhin so nur für den fall ne und du fährst mal obwohl damit wenn ich schon klar kommen so fährst du in den weiten versteckst dich auch hier kannst du aber mal abhauen und dich auch wieder heilen ach es ist alles nicht toll man nennt der bandit wie soll man das denn also ich will ja nicht wissen wie viel zeit man hat durch durch die tempo hier durch temporan und so weit alle das kann man da ja nicht haben so also abballern hier gut und endlich ist der fettsack da weg okay dann geht man hier den obwohl der erst noch nicht in den wald so du gehst mal hierhin du heilst dich wie gesagt du gehst mal dahin ttp kann man wieder ein bisschen rationieren so hier unten ist auch alles paletti soweit bumm das schafft er ganz alleine hier mal kurz einnehmen die die den auch angreifen einfach so ne du bist immer wieder zurück nicht heilen auf den weg wie der hier ach so der kommt jetzt nicht mehr hier lang so dann kann er mal wieder hierhin dann macht er auch wieder richtig schön dicht hier und keiner kann ihn sehen ach doch die kann man ja sehen ach so ein mist so dann gehst du mal hier mit folgst den einfach mal du gehst hier auf den berg und ja das war's da komm schon ja es ist wieder ja es wird immer weniger bewegung das ist das ist das gefällt mir so schwer geht hierhin bomber ballert einfach wieder kann man gucken was er macht die kann eben bomber der wird sowieso geopfert machen wir uns nichts vor so mal gucken wir jetzt hier angekommt wer jetzt hier an geschissen kommt und irgendwas hat so einfach mal hier einfach mal in den weidchen oder so oder ja doch warte mal als sie welche stehen kann mein raketenwerfer die abballern hier schickt gar keiner hier wenn da keiner steht dann fahren wir einfach nach vorne und sagt mal einnehmen habe auch angst vor einzunehmen ich fliege einfach mal die wälder hier ab nichts okay cool danke für den testflug hehehe ne ich will mich nicht so weit nach vorne machen weil ich habe angst dann kommen die leute an ich glaube die jäger werde ich sowieso mal wieder ein bisschen weiter nach hinten platzieren bis ich mir sicher bin dass keine anderen jäger mehr hebt und nur noch die bomber hier sind und dann kann ich allein hinfliegen sobald er das missall geschützt erledigt ist das soll ich einnehmen ich weiß nicht ich traue mich nicht so der bleibt auch noch schön hier ach ich nehme einfach mal ein so ähm so du fährst immer wieder kannst du ja zwei schritte nach vorne fahren mach das mal wir haben unseren ttp ist das alles in ordnung sprit wird uns nie ausgehen außer in dem ttp selber aber wir nehmen jetzt ohne geschützt ist klar ist klar irgendein fetter ist hier und der rumballert der ballert hier rum aber trotzdem angenommen so hier war überall china das ist gut jetzt auch überall china das ist auch gut so einfach mal einen schritt weiter fliegen dann kannst du mal hierhin fliegen na toll schritt für schritt hier alle voll kacke wo die mit bei der sprit alle scheiße da muss ich den mal hinstellen so wird er automatisch geheilt und die hat kinder den bomber angegriffen ist auch natürlich sehr gut ich weiß eigentlich sollte der los und sich heilen aber naja was soll's unser kleiner trupp hier marschiert von wald zu wald aus dem dumm 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 tyres die rings heute denen werden wir auch noch finden so wir finden den der im wald hier habe spart da man ja auch schon schul zu ist man kubus da dann so er muss sich jetzt dafür sorgen dass alle im wald sind gut sind sie und dann macht das mal dein dings einfach Achso. Oder den Heli. Ich weiß nicht, was er hier hat, aber der hat ja anscheinend ja nichts mehr. Hier, Jäger, der hat ohne Stürmacht hier. Alles cool. Wurde nicht angegriffen. Voll geil. So, dann kann der Speer mal wieder mitkommen. So, der dicke Panzer. Ja, ach komm. Bäm. Abgeknallt. So, und dann in den nächsten Wald. Hier steht überall keiner mehr. Das ist geil. Das ist so cool, Mann. So, Jäger bleibt aber trotzdem mal wieder weiter hinten. Und du kannst dich nur einen Schritt durch den Wald bewegen. Das ist voll kacke, Mann. So, alle im Wald verstecken. Was passiert jetzt? Okay, jetzt ist einfach seine Gabe ein, obwohl er nichts machen kann. Sehr geil. Okay. Ey, dass der Bomber hier doch noch so viel fertig macht. Voll geil. Und der letzte. Yeah, verdammt. Der hat es nicht geschafft. Mist, die kommen auch nicht in den Wald. So, du kannst erst mal ein Dittchen einnehmen, auch wenn ich Angst habe. Probier es einfach mal. So, du machst wieder einen Schritt. Du machst einen Schritt. Du fährst, äh, in den Wald hier. Äh, du fährst in den Wald. Geil, hier ist keine Sau mehr. So, dann gehst du in den Wald. Schön, alle im Wald. Hm, dam, 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 da, da. Und nirgends wohl irgendwie ein Jäger oder so was in sich. Sag, ist das schön, Mann. So, ich hab auch noch meinen Speer, der auch noch mitkommen kann. Und mal wieder ein bisschen für mehr Sicht sorgen kann. Ja, wir haben ja alle keine Probleme mehr. Wir sind alle soweit cool, Mann. Hä, warum hat der beim letzten Part noch so viel gehabt, ey? Da waren doch alle hier voller Leute. So, dann soll der mal einen nehmen. Ha, trotzdem bloß noch zwei Züge anstatt vier. Das ist voll geil, Mann. So, hä, warte mal, wenn der Jäger, wenn der Bomber hier noch so geil ist, dann soll er mal ruhig noch ein bisschen, ne? Kann er doch ruhig noch ein bisschen was machen, in den Wald hier mit dir. Geil. So, in den Wald. Ich bleib trotzdem im Wald. Ich hab trotzdem ein bisschen Panik. So, alle mitkommen hier. Alles geil. Und du bleibst hier im Wald, Mann. So, jetzt hat mein TTP bald kein Sprit mehr. Aber ich hab ja genug Häuser eingenommen. Alter, wo kam der her? Wo hat der innen geschossen? Das kann ja bloß hier in dem Wald sein. Okay, wartet mal. Ist das hier in dem Wald? Alter, noch so ein fetter Typ hier, ey. Ja, warte mal, den mach ich fertig. Boom. Und, ähm, ähm, boom, fast. Fast gebummt. So, dann kann er halt einnehmen, ist okay. Du machst erstmal hier Pause. Du fährst in den Wald, cool. Du fährst in den Wald, richtig cool. So, alle in die Wälder mit euch. Yeah, Mann. So, und mein Jäger ist noch einsatzbereit, ey. Der wird die alle so fettig machen, die eulen Scheißbomber. So, hab ich jetzt mein Heli opfert. Kommt das da und jener angefahren? Da kommt wirklich jener. Alter. Das ist ja so gemein, Mann. Doom. Doom. Hier, gedoomt. So, dann mach den hier. Schafft er das? Er hat's geschafft. So, und bam. Äh, was? Hätte er was treffen können? Okay, dann, äh, ja, im Wald oder nicht im Wald? Ach, Mann, ey. So, der kann auf jeden Fall jetzt einnehmen. Du fährst mal weiter nach unten. So, und du reichst da rechter aus, wenn du im Wald stehst. Okay. So, ja, okay. Mein Flak könnte es noch schaffen, wenn er den Angriff da überlebt. Das wäre noch gar nicht schlecht, Mann. Das wäre gut, Mann. Ach, wenn nicht verliehe, halt mein Flak. Schade. Ah, oh, puh. Okay, das hätten wir. Geil. So, dann haben wir hier noch wieder einen neuen Stützpunkt. Okay, dann kann der Jäger mal hier mit weiter runterfliegen. Leute, es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir haben es soweit geschafft. So, hier ist auch eine sehr geile Position für den Raketenwerfer. Alles ist cool, Mann. So, du fährst wieder zurück. Jetzt muss mein Speer kommen. Der muss echt mal, weil der so schön weit fahren kann. Ich versuche mal, dass der echt irgendwie hier in den Wald oder sowas kommt. Und dann sind wir gleich da. Wo noch zwei Bomber sind und ein Missile-Abwehrgeschütz. Okay, Leute, aber das war es für heute mal wieder mit Advance Wars. So dumm. Entschuldigt mich, dass ich die Mission halt nochmal machen musste. Aber wir mussten kapitulieren. Wir mussten nochmal neu uns umstrukturieren und neue Strategien entwickeln. Diesmal scheint es ja Früchte zu tragen. Also dann, ciao!